Musik Müssen wir dieses ganze Zeug wirklich mitschleppen? Natürlich, du Idiot! Wir müssen auf alles vorbereitet sein! Ich bin ein Experte, was Vampire angeht und eins weiß ich ganz genau! Untote tauchen nicht einfach so aus dem Nichts auf und sagen Hallo! Hallo da drüben! Kennen Sie eine geeignete Anlegestelle für unsere Saar... äh, unser Ausflugsbötchen? Ich weiß nicht! Versuchen Sie es einfach weiter da hinten! Oh, okay! Dankeschön! La la la! Ja, was auch immer! Was sagte ich gerade? Dass Untote nicht einfach so auftauchen? Genau! Sie lieben ihre Höhlen über alles und geben sie nie freiwillig auf! Eines weiß ich ganz genau! Diese Brut des Barons, diese Mona, wird uns in ihrer Höhle erwarten, wild entschlossen, ihre Gruft mit all der untoten Energie zu verteidigen, die sie besitzt! Sie würde niemals dieses Schloss freiwillig verlassen! 無feln. ... ... ... ...